Die Lage sei ernst, aber stabilisiere sich, so lautet die Einschätzung des Direktors der Internationalen Atomenergieorganisation Rafael Grossi zur Lage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporizha. Die Sicherheitsbedenken haben sich seit der Zerstörung des Karovka-Staudamms und verstärkten Gefechten in der Region weiter verstärkt. Militärische Befehlshaber erklärten, dass sie die Dörfer in der Region nach heftigen Kämpfen befreit wurden. Die Ukraine hat die NATO-Verbündeten gedrängt, Kampfjets für die Gegenoffensive zu liefern. Diesem Wunsch kamen die Verbündeten nun entgegen. Russland hat auf den Vorstoß an der Front mit Raketenangriffen in der Region Kriviri und Kherson reagiert, die zahlreiche Opfer forderten. Russland behauptet, militärische Infrastruktur anzugreifen. Kiew hingegen spricht von Angriffen auf die zivile Infrastruktur.